Servus und willkommen zurück in der Bundesfirmanstalt zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ihr habt mal was Schönes mitgenommen auf dem Weekend of Hell. Wer das entsprechende Video dazu gesehen hat, der kann sich vielleicht denken, worum es geht, weil ich habe es ja da schon angekündigt. Ich möchte heute eine kleine Review machen und zwar zu Christian Kochs Kurzfilmen A Christmas Carol und Lips and Tips der Christian Koch. Ja, auch ein YouTube-Kollege, der hat auch einen YouTube-Kanal. Der war ja auf dem Weekend of Hell am Anfang September und hat dort eben seine Filme promotet, insbesondere Lips and Tips. Und beide aus dem Jahr 2021, Kurzfilme, A Christmas Carol dauert around about 50 Minuten, Lips and Tips ungefähr 30, also ja, nicht so lang. Und ich habe mir natürlich gedacht, weil ich ja auch immer so ein bisschen ein Faible für das Independent-Kino und auch für das Amateur-Kino habe, da muss ich reinschauen. Ich muss mal schauen, was der Koch da für Machwerke fabriziert hat. Ja, und ja, deswegen habe ich mir das natürlich mitgenommen, da einfach so im Keepcase. Das ist halt dieses Double-Feature und da ist dann noch so ein bisschen Aufkleber mit dabei. Und ich meine, das ist natürlich klar, das ist eine gebrannte Auflage. Okay, na, und das ist auch hier mit so einem, ich glaube, das ist mit so einem Label, mit so einem Klebe-Label aufgedrückt, weil das natürlich eine kleine Auflage ist. Und ich meine, wenn ich zum Presswerk gehe, da muss ich da wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Stück machen lassen. Das heißt, das ist natürlich eine gebrannte Blu-Ray, was ich jetzt nicht schlimm finde. Ist halt einfach so, ja, das ist trotzdem kein Bootleg. Und dazu habe ich mir dann aber auch noch hier diese kleine, ja, Presse-Mappe oder was. Das ist da auch noch mitgenommen. Ja, und ich habe natürlich auch eine von diesen Karten da, auch noch, kann ich euch schnell nochmal zeigen. Na, da sind also die Cover-Motive dabei. Nochmal so auf der Karte habe ich mir natürlich da schön mit Widmung. Jetzt steht es mir nicht gescheit scharf, das ist immer spannend wie der Kamera. Aber natürlich signieren lassen, weil ich weiß ja nicht, wenn der Christian Koch irgendwann einmal berühmt ist, ja, dann habe ich da natürlich schon gleich ein Autogramm, was natürlich ganz hervorragend ist. Praktisch so als Fan der ersten Stunde, ja. Ob ich Fan bin, das weiß ich ja noch gar nicht. Ich habe ja noch gar nicht gesagt, wie die Filme sind. Ich will übrigens da jetzt keine Punktebewertung machen, weil ich meine, das sind Kurzfilme. Das ist jetzt nicht so in Spielfilmlänge, dass man das jetzt so wirklich mit anderen abendfüllenden Spielfilme vergleichen kann. Aber natürlich möchte ich gerne meine Einschätzung dazu zum Besten geben. Fange ich mir doch einfach einmal an mit Lips & Tips, ja, dem Kürzeren der beiden Filme. Hier mit Vivian König und Mike Müller. Ja, ich kenne die Schauspieler ehrlich gesagt alle nicht, die jetzt da mitmachen. A Christmas Carol erzählt die Geschichte von einer jungen Stewardess. Jetzt warte, jetzt muss ich schnell spickern. Genau, Melanie, die kommt gerade vom Flug nach Hause. Also der Film startet auch auf dem Flughafen. Und die Stewardess kommt da gerade vom Flug nach Hause, telefoniert noch mit einer Freundin über dies und das. Und begibt sich dann in die Tiefgarage zu ihrem Auto. Und in dieser Tiefgarage wird sie von einer, ja, vollverschleierten Person angesprochen. Ja, die ihr Auto nicht mehr findet. Also so Vollverschleierungen, ich wüsste es so, Burka war ja das nicht, Nikap ist das das. Also so, wo alles verschleiert ist, aber nicht mit dem Gitter da, sondern mit dem Schlitz. Ja, ich kenne mich da nicht ganz so gerne. Also mit, ihr wisst schon, ne? So, und wird halt von dieser Person da angesprochen und von dieser Frau angesprochen, wo die nicht weiß, wo ihr Auto steht. Und ob sie bietet ihr da an, sie einfach auf die untere Ebene zu ihrem Auto zu fahren. Und dann kommt ihr aber während der Fahrt nach unten ein bisschen was Spanisch vor da. Und ja, sie kriegt dann auch so ein bisschen ein Schreck, weil die Person, die sie dort mit dabei hat, scheint nicht die zu sein, die sie geglaubt hat. Ja, und ja, kann dann der Situation aber entgehen und nach Hause fahren, wo dann allerdings, ja, jemand auf sie wartet. Ja, sobald sie in der Wohnung ist und ihr ans Leder will. Ja, natürlich will ich jetzt das Ende nicht spoilern. Ja, das Ganze ist praktisch so ein bisschen, ja, Krimi, ja, Krimi eigentlich ein Thriller, kann man sagen, ja, Thriller, der natürlich relativ kurz, ein großer Teil des Films nimmt natürlich auch gerade dieses Telefongespräch am Anfang ein, wo er natürlich viel Informationen über unsere Protagonistin bekommt. Ja, und dann hat man natürlich diese sehr durchaus interessante Situation in dieser Tiefgarage und dann bei ihr Zuhause, wo dann dieser Showdown quasi stattfindet. Übrigens mit einem, ich kann ja vielleicht Spoiler, ein bisschen blutigen Ende, ja, und das Ganze wirkt so ein bisschen, das, ja, es hätte wahrscheinlich so was, was die filmische Umsetzung angeht, was jetzt zum Beispiel so Kameraführung und sowas angeht, vielleicht auch von Tarantino sein können. Ja, das Ganze, ja, hat aber auch so ein bisschen, ja, vielleicht auch so ein bisschen sogar Cialo Anleihen, sage ich mal, es ist jetzt kein Cialo oder sowas, aber, na, irgendwie ein bisschen, ja. Ja, und ist auf jeden Fall spannend gemacht, muss ich sagen. Und vor allem, was mir sehr, sehr, sehr gut gefallen hat, und damit habe ich ehrlich gesagt gar nicht gerechnet, mit was für hohen Produktionsqualität das Ganze gemacht ist. Also streicht es von vornherein aus dem Kopf, dass das in irgendeiner Form ausschaut, wie so ein, wie dieser gängige Amateurfilm. Das gilt übrigens für beide der Titel. Die Produktionsqualität ist extrem hoch, das heißt Kamera, Schnitt, auch das Color Grading, was auch immer, das ganze Editing ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Auch der Ton von der Aufnahmequalität, der könnte noch ein bisschen besser sein, ist jetzt überhaupt nicht scheiße oder sonst irgendwas, der könnte aber noch ein bisschen besser sein. Ich glaube aber auch, dass der Ton so ein bisschen mit das Aufwendigste ist, das wirklich, weil man da ja so viel auf Umgebung und so weiter achten muss, fast so ein bisschen das Schwierigste ist. Vielleicht sogar, ich habe jetzt noch keine Filme gemacht, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Ton noch schwieriger ist, wie ein ordentliches Bild hinzukriegen. Aber die Produktionsqualität ist schon wirklich sehr, sehr hoch. Musikauswahl sehr, sehr gut. Das ist alles wirklich sehr schön gemacht und der Film ist auch spannend. Ja, ich meine, er geht nur 30 Minuten, das ist klar. Und der ist natürlich jetzt auch nicht, ich meine, Lips & Tipps ist jetzt nicht die Neuerfindung des Rades und man wird jetzt nicht da davor sitzen und sagen, mein Gott, der Christian Koch, was ist das für ein begnadeter, was hat der da für begnadete Ideen? Das nicht, natürlich hat man auch das in irgendeiner Form schon mal gesehen. Das ist jetzt nicht super neu, was vielleicht ein bisschen neu ist, dass wir praktisch, und das fand ich eigentlich recht interessant, weil diese Geschichte mit dieser Vollverschleierung oder mit dieser vollverschleierten Person oder mit diesem Nicap oder was das ist, ja auf eine tatsächlich reale Gefahr mehr oder weniger eingeht, die ja tatsächlich bei vollverschleierten Personen oder halt voll vermummt sind, ausgehen könnte, weil man nicht mehr weiß, wer da drunter steckt, ja. Und das ist natürlich, ich weiß nicht, da kann man vielleicht auch als Regisseur den Zorn von gewissen Communities auf sich ziehen, ja, weil das natürlich schon was ist, wo man da sagt, oh, und es ist ja auch irgendwie, das heißt, der Film hat auch einen relativ, glaube ich, mehr oder weniger aktuellen Bezug, was dieses Thema angeht, und das soll es um Gottes Willen nicht heißen, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Christian Koch da irgendeinen anti-islamischen Gedanken dabei hatte, na, das nicht, aber das fand ich überraschend, dass das einfach so in dieser Form im Film gezeigt wird, und fand ich, ob das jetzt so super gepasst hat insgesamt zum Film, da kann man mit Sicherheit darüber streiten, ja, aber ich fand es, sagen wir mal einfach so, ich fand es interessant, ja, und auch gegen Ende, ja, wer den Film gesehen hat, wird es wissen, da gibt es einige Dialogpassagen, die, sagen wir mal, von, was jetzt den Schimpfwörtern oder den derben Wortschatz angeht, recht gut zur Sache gehen, ich habe den ja zusammen mit meiner Frau angeschaut, und die hat gesagt, also, die hat schon, also, sie hat da mit dem Christian Koch gemeint, die hat schon auch ganz schön eine andere Waffe, ich weiß nicht mehr genau, sowas in die Richtung hat es auf jeden Fall gesagt, als da die Tirade losging, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich in der Form, glaube ich, auch bei noch keinem Film gehört, ach du meine Güte, aber warum nicht, und es gibt auch noch, wirklich, es gibt nicht viele Special Effects, eigentlich erst zum Schluss, aber, und auch da wird man sich erinnert fühlen, vielleicht auch an Tarantino, ja, wobei, ich meine, Tarantino hat ja selber geklaut aus allen möglichen Filmen, ja, und, äh, warum nicht, ja, ein bisschen abkupfern, wenn es gut gemacht ist, und so, äh, mal Bezug nehmen auf vielleicht andere Filme, das ist ja gar nicht schlimm, aber, äh, die Special Effects, die drin sind, die sind wirklich gut gemacht, es gibt wenige, aber die, die drin sind, sind gut gemacht, kann einem dann vielleicht auch ein Schmunzeln entlocken, also insgesamt sehr gut gespielt, mir haben auch die Darsteller sehr gut gefallen, und, äh, es sind ja im Endeffekt nur zwei, ja, äh, die, die da dabei sind, aber das hat man wirklich auch von der schauspielerischen Leistung her, war ich auch überrascht, ja, also das sind, äh, anscheinend, also, ich glaube, der Christian Koch, der arbeitet da auch schon mit Leuten zusammen, die auch wirklich so ein bisschen Ahnung von dem haben, was sie tun, also ich glaube, dass er da jetzt nicht bloß aus dem Freundeskreis da, äh, irgendwen angerufen hat und gesagt, ich mache jetzt einen Film, und er hat zwar keine Ahnung von Schauspielern, also, ähm, das, äh, passt auf jeden Fall, ja, insofern, keine Lips und Tipps, wirklich, äh, meiner Frau hat er auch sehr, sehr gut gefallen, die, äh, war auch, äh, ja, begeistert, ja, ähm, ich weiß nicht, ob ich begeistert war, aber ich fand auf jeden Fall, das war eine, äh, ein guter Film, der mir einfach gut gefallen hat, ich war gut unterhalten, äh, über die halbe Stunde da, und ich war wirklich, und das, das muss ich jetzt wirklich betonen, so, 0815 vielleicht, wie die Story erst einmal ist, so gut war trotzdem der Film gemacht und inszeniert, äh, insofern da auf jeden Fall, äh, Empfehlung mal reinzuschauen, bei, äh, Lips and Tipps, ja, und der zweite Titel, ähm, hier, A Christmas Carol, ähm, das ist ein Kammerspiel, also beides sind ja so ein bisschen, wie gesagt, Thriller, ja, das ist jetzt kein, das ist jetzt eigentlich kein Horrorfilm, das ist ein Thriller, ja, und, ähm, das ist ein Kammerspiel, da geht es um einen, äh, ehemaligen Polizisten, der einen Mann entführt, am Weihnachtsabend, von dem er glaubt, dass dieser einige Kindermorde, äh, beziehungsweise Kindesmissbrauch, Kindermorde begangen hat, und er ist absolut überzeugt davon, er, der ermittelt schon so lange da drin, und er glaubt, jetzt hat er endlich, äh, den Richtigen, und verschleppt ihn in eine Hütte, am See, irgendwo, im Wald, am See, und verhört ihn da, und möchte ihm praktisch ein Geständnis entlocken. Ähm, im Endeffekt spielt der Film auch nur in diesem Raum, in dieser Hütte, ja, zwischen den beiden, äh, Darsteller sind hier, äh, Holger Menzel, und Nikolas, äh, Garin, äh, und, der Film ist natürlich, klar, erinnert sofort an diese, an diverse, äh, Rache-Filme, wie jetzt Daddy's Little Girl zum Beispiel, oder Seven Days, oder, ähm, ähm, ja, Big Bad Wolves, was ja immer so ein bisschen mein Favorit in dem Genre ist, und in die Richtung geht das natürlich auch, wir haben ermordete Kinder, und, ähm, halt dann, äh, jemanden, der praktisch diese Kinder rächen will, mehr oder weniger, oder zumindest herausfinden will, äh, wer das war, äh, natürlich ist hier, ähm, ähm, A Christmas Carol, ähm, bei weitem nicht so blutig und gewalttätig, hier spielt sich die Gewalt, oder eher so die psychische Gewalt ab, ja, bei diesem Verhör, und man natürlich, als Zuschauer da nicht weiß, wem soll man jetzt glauben, ja, das ist ja immer dieses, ja, Katz-und-Maus-Spiel zwischen den, äh, äh, Protagonisten, und auch hier das Ganze in einem, ähm, ja, etwas blutigem, nicht extrem blutigem, aber, äh, in einem solchen Finale, ähm, endet, das einen auch so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen fassungslos, aber nachdenklich zurücklässt, ja, ähm, ähm, und, äh, wenn man eben solche Filme mag, die so auf diese, diese Thematik sind, ähm, ihr merkt schon auch hier, das ist jetzt keine super neue Idee, was den, den Film angeht, ja, also, ähm, gar nicht, aber gerade in so einem Kammerspiel zeigt sich halt auch die Qualität der Darsteller, die ich finde, gut war, ja, auch überzeugend war, ja, die haben beide sehr, sehr gut gespielt, ja, und, weil, bei so einem Kammerspiel ist ja das wirklich, das, das, das Tragende oder das Zentrale, der, der Film spielt nur in diesem, äh, in diesem Raum im Endeffekt, na, und dann kommt ja noch ein Besucher, ehemaliger Kollege von dem Polizisten, und natürlich darf derjenige den Entführten nicht entdecken, und da entsteht natürlich auch die eine oder andere Situation, und, ähm, man überlegt natürlich immer, eher scheiße, er hat jetzt der Recht, war das der, war es nett, ähm, wie endet das Ganze, insofern eine recht spannende Geschichte, äh, hier am Weihnachtsabend, ja, und auch hier, sehr gute Produktionsqualität, ja, Kamera, Schnitt, Darsteller, sehr, sehr gut, und, ähm, auch hier beste Unterhaltung, also, ähm, sowohl meiner Frau als auch mir, haben beide Filme, ähm, gut gefallen, ich war, wie ich schon gesagt habe, wirklich überrascht, was die können, tatsächlich, und was der Christian Koch da, wirklich auch an, ähm, Handwerk drauf hat, das muss man einfach so sagen, ähm, ich bin gespannt auf seinen ersten, wirklich abendfüllenden Spielfilm, meine ich ganz ernst, äh, da bin ich wirklich gespannt drauf, ähm, weil die Kurzfilme jetzt, die haben mich schon ein bisschen ange, fixt, muss ich sagen, ähm, und ich weiß jetzt nicht, wie groß da das, das Budget war, die Dinger sehen einfach professionell aus, das ist halt einfach von der Optik, und wie das gemacht ist, und wie das geschnitten ist, und wie das, auch von der, äh, äh, Qualität vom Ton, und von der Musik, und so weiter ist, die Dinger können halt, eigentlich auch im Kino laufen, na, deshalb, ähm, wer sich jetzt da vielleicht noch nicht sicher war, ähm, ob er, da sich mal ran trauen soll, oder ob das irgendwelche so, Amateurquatsch ist aller, weiß ich jetzt nicht, Jochen Taubert, oder, keine Ahnung was, nein, nein, ganz hochwertige Produktion, und, wie gesagt, die Filme erfinden beide das Rad nicht neu, und, äh, vielleicht, äh, erleben wir da noch den einen oder anderen, wirklich kreativen Erguss, von Christian Koch, das wäre sehr schön, und, ähm, an dieser Stelle kann ich bloß sagen, holt euch das, ja, wenn ihr Bock auf so Thriller einfach habt, holt euch das, schaut euch das einmal an, ihr könnt, ähm, äh, das Ganze bestellen, beim Christian Koch selber, ich verlinke euch seinen Kanal, unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr ihn dann natürlich auch kontaktieren, und könnt euch das, äh, bei dem, äh, ich glaube 15 Euro oder was das jetzt kostet, die zwei Dinge, mein Gott, ist okay, und, äh, liebsten Tipps kann man auch auf Amazon Prime Video streamen, bei Christmas Carol nicht, nur, liebsten Tipps könntest du hören, äh, aber da könnt ihr vielleicht erst einmal reinschauen, und mal schauen, ob euch das interessiert, aber ein bisschen Werbung macht, ich finde es gut, ähm, kann man sagen, Überraschung für mich, ja, hat mir gefallen, und, äh, weiter so, Herr Koch, auf geht's, ich warte schon auf den nächsten Film, und damit, äh, sind wir durch, ich hab schon wieder, ich wollte eigentlich bloß ein ganz kurzes Video machen, aber ihr kennt die Problematik, äh, bei mir, ich laber einfach immer viel zu viel, deswegen, schreibt eure Meinung in die Kommentare, vielleicht habt ihr die Filme auch schon gesehen, ähm, dann, schreibt mir dazu gerne auch eure Meinung, ja, würde mich sehr interessieren, und dann könnt ihr dem Video gerne einen Daumen hoch oder einen Daumen runter geben, je nachdem, wie es euch gefallen hat, ich verlinke euch dann da noch was zum Anschauen, da könnt ihr den Kanal abonnieren, wenn ihr es nur noch gemacht habt, und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder, macht's gut, bis denn, ciao, und Servus.